Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in keiner Folge, sondern wir sind auf dem Fahrplan 2022. Wir haben ein neues Jahr und ich wollte einmal kurz Danke sagen für euren Support, dass ihr mir so schöne Kommentare schreibt, dass ich weiß, was ich falsch mache. Der Thomas Steele, der Mordrak, der Michael Friedrich, der war zum Schluss ein bisschen weniger, die Tante Mimi erinnere ich mich da dran und der Dralo hat geschrieben und bestimmt den einen oder anderen, den ich jetzt vergessen habe. Aber ich weiß auch, dass auf anderen Kanälen ich immer ein Like bekomme oder sowas und da ist es dann so, dass die Leute schweigsam sind, aber vielleicht hier auch einen Daumen hoch drücken, da freue ich mich auch drüber. Da würde ich recht herzlichen Dank nochmal für sagen und ja, dann kommen wir kurz zum Fahrplan, der sich allerdings jetzt nicht irgendwie geändert hat. Es ist so, dass das so aussieht wie hier. Wir haben um 8 Uhr montags Auction Not Included im Wechsel wöchentlich mit Shapes.io. Da hat der Mordrak ja mir ziemlich viele Infos gegeben mit Shapes.io, dass das ein bisschen besser läuft. Das finde ich richtig gut. Da bedanke ich mich nochmal für Dienstag Simotrans. Da ist zum Beispiel der Tante Mimi zuletzt immer mit gewesen. Ein großer Zuschauer ist daher auch der Michael Friedrich, der zuletzt aber relativ wenig geschrieben hat. Ja, da läuft es aber gerade ein bisschen schlecht. Weiß auch nicht, irgendwie will mein System da nicht so. Müssen wir mal gucken, dass wir das wieder in Ordnung kriegen und ja, zum Schluss jetzt hier, letztes Video hat dann wieder ganz versagt. Wir müssen zwei Folgen zurückgehen sozusagen oder zwei Speicherstände zurückgehen, weil es irgendwie mit dem Spielstand total gerade komisch war. Jo, Mittwoch, sag mal, Avorion, Thomas Stähler. Zum Schluss hat er mir jetzt nicht geschrieben. Ich hoffe, ich habe mich nicht verärgert und er guckt mich nicht mehr und das wäre sehr ärgerlich, weil der hat mir so gute Tipps gegeben, dass ich da auch ziemlich vorangekommen bin. Klar, das ist mein Stil, den ich da so ein bisschen mache. Ist ein bisschen anders manchmal, wie sich die Leute das vorstellen. Ja, so ein Timelapse da drin, das wäre schon bestimmt ganz cool, damit man die Zeit überbrückt, aber ist auch ein bisschen Arbeit, sowas zu machen. Die Folgen wurden jetzt auch zum Schluss ein bisschen kürzer, weil diese langen Folgen, die machen dann auch ein bisschen mehr Arbeit. Muss ich gucken, dass ich das alles in den Griff kriege. Das war der Mittwoch. Donnerstags haben wir vorgestellt, da habe ich ziemlich viele Spiele letztes Jahr vorstellen können. Da habe ich viele Studios gehabt, die mir da einen Key zur Verfügung gegeben haben und auch andere Leute, die sich da bemüht haben. Das finde ich richtig gut. Danke dafür und ich hoffe, ich habe das auch immer gut präsentiert und es sind ja meistens so mindestens drei Folgen, wenn es einigermaßen war. Wenn es schlecht war, habe ich auch mal nur eine Folge vielleicht gemacht, aber manchmal ist es so, wo ich dann so denke, so ein richtig gutes Spiel, könnte man ein Let's Play von machen, aber naja, das mache ich dann lieber nicht. Ja, falls kein Vorgestellt kommt, sind wir bei Graveyard Keeper, was zuletzt ja auch ein DLC hatte, wo ich dann auch ein paar Folgen gemacht habe. Das war dann der Donnerstag und Freitag um 8 Uhr haben wir Simutrans im Wechsel mit Voxeltycon. Voxeltycon, das ist ja auch ganz nett. Das macht auch ganz Spaß und ja, das ist der Freitag. Und am Samstag haben wir noch Havorion wieder. Ja, das hatten wir ja am Mittwoch, das ist die meiste Folge hier, die ich habe. Ganze Folge am Samstag und ganze Folge am Mittwoch, während man Simutrans nur anderthalb hat, weil ja freitagshalb ist und dienstags nur ganz. Astroni habe ich um 16 Uhr erlaufen am Dienstag, das habe ich mal ganz vergessen, glaube ich. Vielen Dank nochmal an den Kollegen, der mir das gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ich ihn nennen darf, aber ich habe das geschenkt bekommen. Das fand ich richtig cool und ja, da habe ich mich richtig drüber gefreut und das Spiel finde ich auch richtig gut. Ja, ich schaue zu, dass ich da auch weiterkomme. Der Mordrack, der hilft mir da auch immer bei gut, das finde ich prima. Okay, Sonntags habe ich frei, Sonntags war mal angedacht, einen Stream zu machen, aber da bin ich noch nicht zugekommen, ist momentan noch ein bisschen schwierig, da was zu machen. Da muss man auch mal einen freien Tag haben. So, das ist der Fahrplan 22. Ich denke, ihr seid alle weiter mit dabei. Abonnentenzahl ist jetzt nicht so gerade gestiegen im letzten Jahr, war ein bisschen mau in meinen Augen, davor die Jahre waren besser. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen mehr Werbung für mich auch machen, fände ich ganz cool. Weiß nicht, ob wir da irgendwie ein Ziel ausschreiben sollten, aber manche, die sagen dann so, ja, die 200.000 Abonnenten brauche ich dieses Jahr noch und sowas, aber ich brauche die eigentlich nicht. Ich gucke ein bisschen mehr dahinter her. Ich finde es cool, dass sich so die Wiedergabezeiten, die haben sich doch sehr stark verbessert. Die Leute, die ich habe, die gucken auch länger. Das finde ich viel wichtiger als wie ganz viele Klicks oder sowas und bringt mir ja auch nichts, wenn da jemand nur zwei Minuten guckt und ich habe tausende Abonnenten, aber keiner guckt groß. Und dann ist es mir doch viel lieber, dass ich da weiß, dass die Abonnenten meine Videos auch gucken. Und ich glaube, das ist so. Und die Likes, die da kommen, die finde ich auch schon ganz cool. Gut, dann haben wir das. Ich glaube, es wird sich zurzeit nichts ändern. Das bleibt alles so, wie es ist. Die Folgen können möglichst ein bisschen kürzer werden, weil sie sind manchmal dann doch über eine halbe Stunde sogar gegangen. Das ist, glaube ich, nicht so toll. Die Zahlen sind dann nämlich nicht so ganz so prickelnd. Ich muss mal gucken, dass ich da mal vielleicht ein bisschen was, wie der Thomas Stähler schon gesagt hatte, was zusammenschneide, mal ein bisschen Timelapse reinbringen oder sowas. Da müssen wir mal gucken. Alles klar, das war es dann. Ich bedanke mich nochmal und würde mich freuen, wenn er weiter mir treu bleibt. Und wir sehen uns in den anderen Projekten dann. Bis dann. Ciao.